Okay, dann geht das jetzt weiter mit dem, wo ich erst nicht weiterkam, weil mir was entscheidendes fehlte. Ich habe einfach nicht gesehen, wo das scharfe Bewehr war. Gut gemacht, Daniels! Immer noch Feinde neben dem brennenden Auto! Feinde, erster Start! Dennis, die Scharfschützen erledigen! Nur noch zwei! Auf die Fenster achten! Ja, bin da schon dabei! Ich muss noch nachladen! Ich muss noch nachladen! Ich habe ihn gerade in den Kopf geschossen! Und er kann trotzdem noch weitermachen! Junge! Da drüben hinfeuern! So! Erledigt! Kümmern Sie sich um den Rest! Nur noch eine! Ja, geschafft! So! Schaffen Sie ihnen einen Weg! Halbkettenfahrzeuge fahren auf den Platz! Sie nageln unsere Jungs fest! Auf ihre Geschwister teuern! Auf Sachsen bleiben! Erwicht! Der steht nicht mehr auf! Sie kommen den Flaks näher! Deutsche auf den Dächern! Wir können ihnen die Dächer nicht überlassen! Wir können ihnen die Dächer nicht überlassen! Hab einen! Die letzte! So! Wir werden uns Deutsche am Ende der Straße! Ähm! Ja! Das war ein Fehler! Gerade eben! Sie werden von hinten geschaffen! Sie werden von hinten geschaffen! Halt! Kein Fahrzeug hinter ihnen! Ach ihn! Sie werden umstellt! Die Deutschen haben sie umstellt! Hab sie! Ich bin ja schon da frei! Was war das? Was können Sie sein? Weiter so! Geben Sie Deckung, damit Sie Sassmen helfen können! Noch Sassmen bleiben! Komm! So! Noch einer! Das war's, ne? Nur noch eine Flakke übrig! Wuhu! Yes! Oh! Aua! Oh! Oh verdammt! ICH HAB DICH! Ich hab DICH! Der ist gut! Der ist gut! Wer ist gut! ין es gut! LAU ONZ! ACHTHO! Wir sind weg da! Oh verdammt! weg hier oh oh schnell weg hier nein das wollte ich nicht bloß nicht irgendwas drücken hauptsache nur schwingen ich bin ja auch nicht ihr verdammter schutzengel ich hab da drin zwei männer verloren wir müssen uns jetzt zusammenreißen und diese kanonen zerstören ja los ich kann es mir nicht sehen vor dem einsturz waren sie noch zusammen das beste was wir jetzt tun können ist diese position zu halten die deutschen dürfen hier nicht hoch ich hab noch mehr granaten falsch nötig wirft mal rüber die position halten die granate na los sie brauchen deckungsfeuer 10 Uhr feuerschutz weiter feuern nicht mit mir nicht mit mir nicht mit mir ja hilfe wow das ging aber doch ganz schön schnell eben gerade das ging doch etwas sehr schnell ne ich hab noch mehr granaten falls nötig schnauze in die granate position halten na los sie brauchen deckungsfeuer feuerschutz schweizer zu schweizer die deutschen versuchen uns zu überrennen benutzen sie verstand Ok. Aaaaahm. Nee 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 nee! Nicht mit mir! Nicht mit mir! Jaaa! Oh, oh, da! Gut gemacht! Wir machen den Zielbereich, wenn die Fählte von Führung zu haben! Wir schnappen die Runden raus auf uns eigentlich! Darum müssen sie mich nicht zweimal bitten! Ja! Werfen Sie das Runde raus-Signal, Yannis! Huppala! Werfen raus! Huppala! Sie sind zurück, bis die P-740er hier sind! Ziel auf 11 Uhr! Neu-Train-Bewegung! Position, halt! Die P-740er kommt! Das war wohl ein bisschen zu nah dran! Hi! Jus-Man! Alles erledigt! Gute Arbeit, Männer! Sie haben alles gegeben! Diese Mistkerle ziehen sich zurück! Das war verdammt gute Arbeit! Die Männer haben sich gut geschlagen, Sarge! Vielleicht haben sie sich in ihnen geirrt! Das war keine Glanzleistung, Männer! Ich war viel zu nachsichtig! Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind! Wenn die Mittlers Kopf auf ein Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist! Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei! Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen! Okay! Bin dabei! Okay! Ich bin auch dabei! Wir haben Marie nie erobert! Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen! Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons Fadenkreuz! Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen! Ja, die Erinnerungen, die habe ich mal wieder nicht wirklich gefunden, aber die Heldentat, die habe ich vollbracht! Gut, dann geht's weiter! Mit dem 20. August 1944 SOA SOA Jetzt weiß ich gerade nicht, wie das E im Englischen ausgesprochen wird, aber gut! Starten wir das Ganze! Seit einem Monat kesseln wir die letzten Krautfresser auf dem Weg nach Paris immer mehr ein! Aber sie werden sich sicher wehren wie ein wildes Tier in der Falle! Okay! Mission starten! Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir zu allem bereit sein! Selbst Teamarbeit mit dem SOI, den britischen Sondereinheiten! Das wird ein großes Ding! Muss wohl! Davis ist hier! Wir haben Informationen vom Widerstand über einen Zug der Deutschen mit V2-Raketen für einen Angriff auf Paris! Er macht halt bei Argentin! Das gibt uns gerade genug Zeit, um unser Team in Stellung zu bringen! Wir müssen ihn stoppen! Nach Ihrer Leistung in Marigny können Sie nun zeigen, dass das kein Anfängerglück war! Danke, Sir! Aber das ist ein Job für mehr als ein Platoon! Deshalb kriegen Sie Unterstützung vom SOI! Yay! Oh, wow, wow! Oh, wow, wow! Mal wieder! So ein bisschen so! Okay, von Paris jetzt! Jetzt von Paris! Woher war es? Genau wie damals bei unserem Absprung über Vercore! Und mitten in diese Patrouille! Du bist so eine alte Romantikerin! Okay, da ist unser Ziel! Hey, das muss man den Deutschen einfach lassen! Genau nach Plan! Der größte Zug meines Lebens! Und die dickste Panzerung! Ist ein Panzerzug! Die Reichweite der V2 liegt bei 200 Meilen! Mehr als die Strecke nach Paris! Wir können nicht zulassen, dass sie startet! Shh, 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 shh! Da vorne bewegt sich was! Okay, Vivian und nicht schalten Sie aus! Hörner, das ist Ihr Zeichen vorzurücken! Denn jetzt! Nach Ihrer und Sassmanns Einfluss! Die Anlage in Marigny ist Feuerunterstützung Ihr Job! Okay, los geht's! Okay! Alle Mann unten bleiben! Schaltdämpfer! Den Scharfschützen ausschalten! Benutzen Sie das Messer, Daniels! No! Oh! Oh! Ich dachte kurz! Was? Der wird... Ich wurde entdeckt, ey! Den Offizier ausschalten! Hä? Danke! Nehmen Sie ein paar Männer und gehen Sie ums Haus! Daniels! Leiden Sie bei Crowley! Ist da jemand? Jürgen! Ja! Da ist sie in Ordnung, dass die Droge überwinden sind! Du hast da georkommen! Ich bin auch in Ordnung! Er ist in Ordnung! Ja, ich bin mit Kurven an dem Toppen! Mann, ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Ähm. Ähm. Turner, nehmen Sie ein paar Männer und gehen Sie ums Haus. Dann jetzt. Bleiben Sie bei Crowley. Und. Ist da jemand? Das war knapp. Das war knapp. Schuss. Vorsicht. So. Bewegung. Wohin? Boah. Das war echt ganz schön knapp so. Oh oh. Was war das? Sag mal, es ist echt ganz schön nervenaufreibend hier gerade. Der Scharfschütze gehört Ihnen, Daniels. Den schnappe ich mir mit dem Messer. Ja. Vorsicht. Langsam vorrücken. Hm. Ähm. Ja. Ich sag hier mal erst mal danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, dass ihr liken dürft, dass ihr kommentieren dürft, wie ihr den Part fandet. Beziehungsweise, ähm, ja generell, wenn ihr quatschen wollt, ich bin da offen. Ähm. Ja. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Hier von Call of Duty WW2, beziehungsweise von anderen Spielen auf meinem Kanal. Und schaut unbedingt nochmal in den Kanal, ins Kanal-Update rein. Da gibt es auch noch ein paar Sachen, die, ja, kommen werden. Und ja, schau.